Ladies and Gentlemen, gotcha, mit dem Welthit Somebody I Used To Know in der Antenne Bayern Röhrenversion. Zwei, drei, vier. Ah, achso. Achso. Jetzt. Ey, viel verbrühten, verbrühten. Danke. Echt. Also ich fand's noch schön. Ich bin nach dem Christian. Vor und danach. Und dann du zweimal. Warte mal, du bist dann? Ach, Christian, dann bist du dann. Und. Nein. Ich muss noch das sagen. Ich war's richtig. Okay, du warst. Aua. Oh. Zwei, drei, vier. Ach, du, 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 du hast jetzt mal das Hamming. Du, 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 du. Schau mal. Also. Der Mann jetzt. Wenn ich ihn liken muss, klingt das super, so ein bisschen hohl irgendwie. Also jetzt ganz ehrlich, es ist nicht lustig. Jetzt machen wir mal richtig her. Ich wirklich nicht lustig. Es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung... Wir täuschen die Blitze. Es gibt nichts zu sehen. Also. Antenne Bayern präsentiert Gottscha mit somebody that I used to know in... Ohne that, gell? Ich scheißegal, ich hab schon mit den schon mal hier! Scheiße! Hä? Was war das? War gut! Ich hab mir hier flogen! Ich hab mir hier flogen! Wir kommen nicht mehr so blöd, die ganze Zeit! Keine Ahnung von Tuten und Schlagen! Ich hab mir hier flogen!